Kannst du ein Geheimnis bewahren? Beim Vater, Sohn und Haus der Gucci. Haus der Gucci ist eine Geschichte über ein fashion-Empire, die abliegen. Es ist ein Welt, das exotisch ist und ein bisschen verrückt ist. Hinter diesem Namen, der Glamour und Style repräsentiert. Darf ich dir vorstellen, das ist Patricia? Das ist meine Familie. Eine Familie mit einem Traum, der dann wird eine Saga von Madness. Ich bin nur dem Namen nach ein Gucci. Siehst du nur dabei zu, wie die anderen alles aufessen? Maurizio Gucci ist in Liebe mit Patrizia Reggiani. Aber es beginnt nur mein Name auf den Becher, Schatz. Unser Name, Schatz. Patrizia wird durch das Gucci-Empire verabschiedet. Gucci braucht neues Blut. Gucci ist das, was ich sage. Das ist kein Spiel für kleine Mädchen. Vergiss das nicht. Es ist Zeit, ballastlos zu werden. Es ist Zeit, ballastlos zu werden. Familie und Krieg. Und es ist viel Spaß. Ich hoffe, dass wenn die Zuschauer diesen Film sehen, dass sie sich erinnern, dass sie sich in der Magik ein Cinema erinnern sind. Wenn du in ein Film gehst, und du einen Film sehen, und du erlebst den Film, dann hast du das Gefühl, dass du etwas überrascht hast. Das ist, warum du in die Filme gehst. Gucci ist auch mein Name. Ich würde nicht von mir behaupten, dass ich ein besonders moralischer Mensch bin. Nein! Aber ich bin fair. Das Gucci-Love für uns wird ein ganz neues Sinn nehmen. Und wofür mir das Verständnis fehlt, sind Menschen, die aus rein egoistischen Gründen stehen.